Oh Was oh my god, da war triple auf einmal. Oh my go Oh Klipp da Digger Klipp da Piss Standing right nice to meet you Ha Oh Green Domenic meine Freunde Was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Channel Ich war lange inaktiv Weil ich Corona hatte Mich als Hauptplan auch mal erwischt Bin immer noch zuhause Aber ich dachte mich Nimm trotzdem das Video auf, mir geht es tatsächlich wieder besser Ich könnte auch wieder arbeiten Aber ich bin halt immer noch positiv seit Letzte Woche Dienstag, es fuckt einfach nur ab Und ja Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß mit diesem Video Clips und Fails die 15. Das Klantik ist scheiße Wir sind im Finale gegen C Drückt uns die Daumen, dass wir C Schlagen können und viel Spaß mit diesem Video Wo kam mit, Alter Wo hab ich gemacht? Scheiße Der Jeremy nebst ja richtig Oh ich hab geendet Let's go Boah hab ich gemacht, scheiße Boah hab ich gemacht, scheiße Jeremy nebst ja richtig Oh ich hab geendet Ich hab dich Let me go! Nein! Oh my god! Ey, was für ein Game zu Ende, Digga! Och, Junge! Oh, Alter, das wäre noch so viel was! Ich habe es gesehen, Digga! Das hätte ich knallen können! Was war das für's Blitz, Digga! Das wäre cool! Ich weiß es jetzt! Was? Alles gut, ich weiß es! Also, ich weiß nicht, was es bedeutet, aber das macht man im Bildschirm, aber wir waren einiges heller und das ist super angenehm! War das voll von? Bitte sag mir, das war voll von! Digga! Digga! Ich bin doch nur da! Connecte doch, Digga! Los Schüppel war doch da! Ey, das ist doch ehrenlos! Wenn schon wieder ein Game vorbei! 3 und Head Game vorbei, Digga! Ich fang an, Digga! Ich drehe noch durch, Digga! Ich drehe noch durch, ich drehe einfach durch! Ich drehe durch! Links, Meier! Links, neben Meier! Da! ig da! Ich drehe! Ist doch nützlich! Hier. Noch Fragen? Soll ich schreiben oder kommst du rüber? Boah, ist das frech, Digga. Connecte doch! In den Kopf rein, Digga, und ich hab den Closer, Mann!